Hallo zusammen, in diesem Tutorial geht es darum, wie du jetzt Altcoins mit Hebel traden kannst und von den steigenden Kursen profitieren kannst. Es geht dabei um das sogenannte Margin Trading und das bedeutet, dass wir jetzt nicht mehr Tokens in unser Wallet legen und einfach nur auf steigende Kurse hoffen. Stattdessen treten wir jetzt mit geliehenem Geld und können auf diese Weise nicht nur von steigenden, sondern auch von fallenden Kursen profitieren. Außerdem können wir durch das sogenannte Hebeln mit sehr großen Summen traden und dadurch von Kursbewegungen so profitieren, als wären wir Wale. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir gleichzeitig dasselbe Risiko tragen wie ein Wal und dabei unsere gesamte Einlage verlieren können. Wir arbeiten hier mit Margin Trading Plattformen und die sehen immer mehr oder weniger so aus wie diese hier. Das ist jetzt Hyperliquid, aber die sehen im Grunde alle gleich aus. Und das heißt, dass alles, was ich hier in diesem Tutorial zeige, ohne Schwierigkeiten, auch auf anderen Plattformen verwendet werden kann. Also zum Beispiel auf AVO oder auch auf GMX oder auch auf zentralisierten Plattformen wie zum Beispiel BitGet, Bybit, Binance und so weiter. Bei einer Margin Trading Plattform hat man eine ganze Menge Tools zur Verfügung, mit denen man das deutlich höhere Risiko absichern kann. Und das ist der ganze Sinn hinter diesen ziemlich kompliziert wirkenden Oberflächen, dass man einfach ein viel höheres Risiko eingehen kann und damit mehr Chancen auf Rendite hat, wobei man gleichzeitig dieses Risiko verringern kann, indem man das richtige Tool für den richtigen Zweck einsetzt. Und auf diese Weise kann man, wenn man es denn richtig macht, aus Hunderten Zehntausende machen und aus Zehntausenden Millionen. Und gleichzeitig kann man auch sein gesamtes Geld verlieren. Aber wie ich immer sage, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist auch nur, dass man alles verliert, was man hier reingesteckt hat. Wenn man also nur mit einem überschaubaren Betrag anfängt, dann ist das Risiko automatisch minimal. Also ganz kurz mal, welche Themen behandle ich hier? Es geht natürlich darum, erstmal alles ans Laufen zu bekommen, also seine Assets hier rein zu bekommen und auch die Plattform erstmal richtig einzurichten, sodass man mit dem Traden loslegen kann. Die Perspektive beim Traden ist eher die Perspektive des Bullenmarktes, weil das einfach Quatsch wäre, jetzt darüber zu sprechen, wie es im Bärenmarkt läuft. Das mache ich dann vielleicht, wenn es soweit ist, aber das dauert ja hoffentlich noch eine ganze Weile. Außerdem geht es um den Altcoin-Markt, also Tokens wie AI-Tokens, D-PIN oder Gaming-Tokens. Also die Tokens, die in den letzten Wochen am meisten gestiegen sind. Der Grund ist, dass diese Tokens eine sehr hohe Volatilität haben und sich das Traden da am meisten lohnt. Aber klar, kann man das alles auch auf Bitcoin, Ether oder andere High Caps anwenden. Inhaltlich geht es jetzt um die folgenden Dinge und zwar Short vs. Long, dann Limit vs. Market Orders, Isolated vs. Cross Margin, natürlich das Hebeln und Take Profit und Stop Loss und natürlich die Funding Rate. Ganz grob gesagt sind das die laufenden Kosten einer Position. Ich mache das alles mit Hilfe von Beispielen und auf diese Weise kommt vielleicht auch die eine oder andere Altcoin-Strategie rüber und später werde ich dann auf meinem Kanal sicherlich die eine oder andere Strategie mal konkret vorstellen. Bleibt also am besten einfach mal dran. Das Tutorial wird jetzt, glaube ich, ziemlich umfangreich. Ich rechne hier mit mehr als einer Stunde. Mal sehen, was da am Ende so rauskommt. Und daher gibt es hier bei YouTube diese Kapitel unten in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr dann hin und her springen und auch Sachen auslassen, die ihr schon wisst. Okay, dann legen wir mal los. Also, wie vorher schon kurz angedeutet, traden wir jetzt mit geliehenem Geld und setzen auf steigende und auch auf fallende Kurse im Altcoin-Markt. Das bedeutet erstmal, dass wir die Tokens nicht wirklich kaufen. Also wenn ich hier zum Beispiel den Render-Token habe und den hier kaufe, dann bekomme ich den nicht in mein Wallet und ich kann den auch nicht abheben. Ich kriege auch keinen Airdrops und ähnliches. Das geht hier einfach nicht und wenn man das will, dann ist man hier bei diesen Plattformen zum Beispiel bei Hyperliquid definitiv falsch. Das ist aber gleichzeitig auch ein Vorteil, weil ich dadurch nicht für jeden einzelnen Token zum Beispiel ein Wallet einrichten muss und mich auch nicht mit der ganzen Technologie dahinter befassen muss. Stattdessen geht es hier nur darum, ob der Kurs hoch oder runter geht und wie ich damit dann Plus mache. Ich bin also jetzt kein Hodler mehr, sondern ein Trader und das bedeutet, dass ich jetzt auch kein Depot habe mit, nennen wir es mal, physischen Assets, sondern ich habe jetzt Positionen. Das sind so quasi, sagen wir mal, Wetten, die ich gleichzeitig am Laufen habe und weil ich keine echten Render-Tokens benötige für meine Wetten, kann ich auch hier viel mehr Geld einsetzen, als ich eigentlich selber besitze. Als Beispiel, wenn ich von einem steigenden Kurs bei Render-Tokens profitieren möchte, dann kann ich mir, sagen wir mal, für 10.000 Dollar Render-Tokens kaufen, indem ich mir die 10.000 einfach ausleihe. Das geht sogar dann, wenn ich gar keine 10.000 Dollar in meinem Wallet habe. Und das heißt umgekehrt auch, dass hinter jeder Position, die ich hier am Laufen habe, dass dahinter immer, wirklich immer ein Darlehen steht. Und natürlich kann ich mir nicht einfach irgendeine Fantasiesumme ausleihen, sondern ich muss dieses Darlehen auch irgendwie besichern. Und dafür muss ich hier bei Hyperliquid eine Sicherheit hinterlegen in Form von Stablecoins. Aber dazu kommen wir dann später noch. Wichtig ist jetzt, dass ich auf jeden Fall erstmal eine Sicherheit hier hinterlegen muss. Und dazu brauche ich Stablecoins. Und hier bei Hyperliquid sind das die Stablecoins USDT und USDC. Hyperliquid läuft auf der Arbitrum Blockchain und das bedeutet, ich brauche ein Wallet, das mit Ethereum kompatibel ist, wie zum Beispiel Metamask oder auch das Rabi Wallet. Aber weil es eben auf Arbitrum läuft, sind die Transaktionsgebühren sehr gering und vor allem ist es so, dass ich eh nur Gebühren zahlen muss, wenn ich hier Stablecoins einzahle und abhebe, aber nicht beim Traden selber. Das Ganze ist also sehr, sehr kosteneffizient. Wie bekomme ich die Sicherheit also jetzt rüber zu Hyperliquid? Die einfachste Methode ist, das über einen Exchange zu machen, der Auszahlungen nach Arbitrum unterstützt. Und das sind heutzutage sehr, sehr viele. Also fast alle großen Exchanges wie zum Beispiel Kraken, BitGet, Binance, Bybit etc. Ich habe auch ein paar Links dazu in die Videobeschreibung gepackt unten. Und dann könnt ihr euch da anmelden und da dann USDC oder USDT kaufen. Wenn ihr die Assets dann auszahlt, dann müsst ihr beim Abheben aufpassen, dass ihr da nicht Ethereum als Netzwerk oder Network oder manchmal heißt es auch Chain oder Blockchain oder so auswählt, sondern Arbitrum. Manchmal heißt das dann auch Arbitrum One. Als Wallet benötigt ihr Metamask oder Rabi und wie man das einrichtet, das bespreche ich hier nicht, weil es dazu wirklich unendlich viele Videos auf YouTube gibt. Schaut euch einfach mal um. Eine zweite Sache, die ihr benötigt neben den Stablecoins, das ist eine ganz kleine Menge an Ether etwa im Wert von 10 Dollar oder so für die Transaktionsgebühren beim Einzahlen und Auszahlen bei Hyperliquid. Eigentlich kostet das tatsächlich nur ein paar Cent pro Transaktion, aber normalerweise kann man so kleine Mengen bei den Börsen einfach nicht abheben. Aber alles über 10 Dollar in Ether gerechnet sollte irgendwie ungefähr ausreichen. Wenn ihr Ether und USDC schon im Wallet habt, aber auf einer anderen Blockchain, dann könnt ihr auch eine Bridge verwenden. Ich nehme da tatsächlich immer Jumper Exchange in letzter Zeit. Den Link, den packe ich auch unten in die Videobeschreibung und dann nehmt ihr einfach das oder die Bridge, die ihr selber am besten findet. Hauptsache ist die Ether und die USDC oder USDT landen am Ende auf Arbitrum. So, jetzt habt ihr also ein bisschen Ether und eure Einlage auf Arbitrum und ihr seid bereit für die Einzahlung auf Hyperliquid und dann wird es Zeit, sich die Oberfläche mal näher anzusehen. Und wenn ihr das erste Mal auf die Trading Oberfläche von Hyperliquid kommt, dann müsst ihr erstmal die AGB akzeptieren und dann findet ihr den Deposit Knopf rechts unten und da könnt ihr dann eure Stablecoins einzahlen. Dafür müsst ihr erstmal euer Wallet mit Hyperliquid verbinden und da empfiehlt es sich direkt auf Stay Connected zu klicken. Dann bleibt das so und ihr müsst das nicht jedes Mal machen, wenn ihr später wieder hier reinkommt. Und eure Einlage macht ihr dann mit einem der hier angezeigten USDC Varianten oder USDT Varianten. Am besten probiert ihr die mal durch und eine davon wird dann eben die richtige sein. Und das seht ihr dann daran, dass da die richtige Zahl angezeigt wird, die in eurem Wallet so drin ist. Und in der rechten unteren Ecke seht ihr dann, wie viel Geld ihr auf Hyperliquid so habt und ihr könnt hier auch das Geld wieder auszahlen. Und die Oberfläche hier, die sieht am Anfang ja super kompliziert aus und ich finde, das erinnert schon fast an ein Flugzeugcockpit oder so mit den ganzen Anzeigen und Knöpfen. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal in aller Ruhe an. Aber vorher vielleicht mal ein kleiner Tipp. Diese Oberflächen sind für große Bildschirme gemacht und es ist am besten, wenn man das auf Dauer nicht zum Beispiel auf dem klitzekleinen Laptop Bildschirm macht oder sogar auf dem Handy. Man braucht schon früher oder später so einen richtigen Bildschirm. Und außerdem sollte man sich das Fenster richtig groß machen. Und vor allem sollten nicht irgendwelche Bereiche links oder rechts oder unten aus dem Bildschirm rausragen. Man sollte wirklich alle Informationen auf einmal sehen können. Die Kontoübersicht unten rechts, die kennt ihr ja schon. Und das Erste, was auffällt, ist natürlich der große Chart hier. Das ist am Anfang tatsächlich dann der Bitcoin-Chart und man kann das umstellen auf andere Assets. Aber vorher erstmal noch ein paar kleine Einstellungen. Und zwar würde ich empfehlen, die Sprache auf Englisch einzustellen, weil die deutsche Übersetzung einfach nur total Panne ist. Und wenn man dann schon dabei ist, dann sollte man das Zahlenformat so einstellen, dass einem das irgendwie logisch ist. Also es ist eigentlich egal, wie man es einstellt. Man muss nur sofort kapieren, was Komma ist und was das Tausenderzeichen ist. Ich nehme da immer das US-Format mit dem Punkt als Komma, also umgekehrt wie bei uns in Deutschland. Also das ist ja das hier. Aber das ist Geschmackssache. Hauptsache man verwechselt das nicht andauernd, weil bei den Altcoins gibt es welche, da ist der Kurs sehr hoch. Also ein paar Tausend und welche, da ist der Kurs, ein paar Stellen nach dem Komma. Man muss es also so haben, dass man direkt weiß, was was ist. Nehmen wir mal den Pandora-Token als Beispiel und hier oben steht der aktuelle Preis. Und ist das jetzt 11.000 oder ist das 11,4? Und in diesem Fall hier ist es tatsächlich 11.000 Dollar, weil ich das hier so eingestellt habe. Und das kann man also leicht verwechseln, zum Beispiel mit dem Atom hier. Der ist 11, so und so viel wert. Also egal wie man es einstellt, man muss es einfach so machen, dass man es direkt versteht. Nehmen wir jetzt mal an, wir wollen den Render-Token traden. Dann stellen wir das erstmal hier um vom Atom-Token auf den Render. Und dafür können wir hier die Asset-Liste ausklappen und dann darin suchen. Das Problem hier ist, dass es so aussieht, als wenn es den Render-Token hier nicht gibt. Wenn ich hier in das Suchfeld den Token-Namen eingebe, dann kommt da einfach nichts. Und das liegt daran, dass ich das Ticker-Symbol eingeben muss und nicht den Token-Namen. Manchmal klappt das auch so, aber manchmal eben auch nicht. Und da ist die Frage, wie finde ich das Ticker-Symbol denn eigentlich raus? Dafür kann man schön auf CoinGecko nach dem Token suchen. Und dann findet man da das Ticker-Symbol an allen möglichen Stellen. Vor allem, wenn man hier auf Markets klickt und dann die einzelnen Kurse auf den unterschiedlichen Börsen anschaut. Dann steht da das Symbol und hier wäre das also das RNDR. Und wenn ich danach bei Hyperliquid suche, dann finde ich den Token auch. Und dann sehe ich hier den Chart vom Render-Token und kann mir also den Kursverlauf in Ruhe anschauen. Sprechen wir mal ein bisschen über den Chart. Was wir hier sehen, ist ein Chart mit Kerzen, die den Kurs symbolisieren. Und manchmal sieht der Chart einfach nicht schön aus. Da muss man den erstmal richtig einstellen. Dazu hat man dann verschiedene Möglichkeiten. Aber vorher ist es wichtig, dass man erstmal einstellt, wie groß der Zeitraum ist, den eine einzelne Kerze repräsentiert. Und da verwende ich immer die Einstellung, dass eine Kerze einen ganzen Tag repräsentiert. Und das kann man hier oben einstellen, wobei das große D für einen Tag pro Kerze steht. Das ist bei den Altcoins normalerweise die beste Perspektive. Man könnte das auch auf eine Minute stellen, aber dann ist jede Kerze eine Minute. Die Perspektive ist dann einfach viel zu kleinteilig und man sieht die generelle Tendenz des Kurses nicht richtig. Und wenn man das auf Wochen einstellen würde, dann wäre der Zeitraum einfach viel zu groß. Also bei Altcoins ist es ja häufig so, dass sie erst ein paar Wochen auf dem Markt sind und dann hat man hier nur sechs Kerzen oder so. Aber klar ist das natürlich irgendwie auch situationsabhängig. Das muss man dann einfach sehen. Man muss wissen, wie das Ganze funktioniert, wie man den Chart einstellt. Wenn der Chart dann so aussieht, zum Beispiel, dann muss man den erstmal ein bisschen zurecht zoomen. Und dafür kann man die Höhe der Kerzen einstellen, indem man den Mauszeiger in die rechte Skala bringt und dann rauf und runter scrollt. Bei mir ist das diese Scrollgeste mit den zwei Fingern auf dem Trackpad. Aber das kann natürlich auch das Mausrad sein oder eine Scrollgeste auf der Maus, je nachdem, was ihr so für Sachen zu Hause habt. Also nicht klicken und ziehen, sondern scrollen. Und dann kann man den Chart nach links und nach rechts verschieben, indem man in die große Fläche klickt und dann zieht. Man kann in den Chart rein- und rauszoomen, indem man weiter unten in den Chart mit der Maus fährt. Und dann tauchen auf einmal diese Symbole auf. Und da kann man dann mit Plus und Minus zoomen. Macht euch den Chart immer so, dass er aussieht wie so ein schönes Gebirge. Das ist jetzt keine exakte Wissenschaft, sondern wirklich auch reine Geschmackssache. Der Chart muss einfach schön aussehen, am besten in der Tageskerzenansicht. Auch reicht ein Gesamtzeitraum von ein paar Wochen. Und hier sind das ein paar Monate und das ist eigentlich schon viel zu viel. Ich stelle das Ganze jetzt nochmal ein bisschen nach und hier mit der linken Leiste kann man jetzt auch schöne Sachen in den Chart reinmalen. Sowas wie Linien oder so. Aber man muss wissen, dass das alles weg ist, wenn man die Seite verlässt. Und das hier ist eine abgespeckte Version von TradingView. Und da kann man sich dann anmelden, wenn man das im Besser haben will. Ist aber ehrlich gesagt eigentlich nicht wirklich nötig. Wenn ich mir den Chart so ansehe, dann hilft es mir, dass ich mir den Markt als einen besoffenen Mann vorstelle, der gerade aus der Kneipe nach Hause will. Also der Mann will nach Hause, ist aber schon ziemlich angetrunken und der geht jetzt auch nicht mehr so ganz gerade. Es ist also total klar, wo der Mann tatsächlich eigentlich hin will. Und im Normalfall kommt er früher oder später auch wirklich zu Hause an. Aber wie er da genau hinkommt, das ist jedes Mal anders und vor allem komplett unvorhersehbar. Zu Hause, das ist jetzt bei dem Token der Fair Market Value, also der Preis, der für den Token wirklich angemessen ist. So quasi der richtige Preis, wo der Token dann nicht zu billig ist und auch nicht zu teuer. Und da will der Preis tatsächlich hin, wie der Mann eben auch nach Hause will. Aber wann der da ankommt, das weiß keiner. Und nur, dass das einfach die grobe Richtung ist. Und jetzt setzt der Mann halt einen Fuß vor den anderen. Und weil der schon ziemlich schwankt, driftet er mal nach links ab und mal nach rechts. Man muss sich also vorstellen, dass auf dem Weg plötzlich auf der linken Seite so ein richtig schöner, leckerer Frikadellenstand auftaucht. Und die riechen dann richtig gut. Und schon driftet der Mann nach links, weil er mal gucken will, was es da so gibt. Und auf einmal ist dann rechts eine gemütliche Parkbank und da will er mal ein kleines Päuschen einlegen. Also geht er dann wieder nach rechts. Und immer wenn der Mann nach links driftet, dann gibt das hier eine grüne Kerze. Und wenn er nach rechts schwankt, dann gibt es eben eine rote Kerze. Und das kann man sich gut vorstellen, wenn man den Chart einfach mal ein bisschen dreht. Und man kann sogar mal nachschauen, wie viele Promille der Mann so drin hat. Und das ist hier oben die Funding Rate. Je höher die ist, desto besoffener ist der und desto stärker sind die Schwankungen in der Regel. Und da kann man also wirklich sagen, dass der Altcoin-Markt von allen Märkten am allerbesoffensten ist. Und die Promille hier sind immer so richtig schön hoch. Man kann also echt davon sprechen, dass der Altcoin-Markt komplett dauerbesoffen ist. Was die Funding Rate wirklich ist, darum geht es dann später nochmal, die ist ein super spannendes Tool, das man zur Verfügung hat, wenn man tradet. Jedenfalls, diese Vorstellung, die hilft ein bisschen davon loszukommen, dass Grün immer gut ist und Rot immer schlecht. Wir traden ja jetzt beide Richtungen und da ist das eigentlich ziemlich egal, ob es hoch oder runter geht. Wir müssen das einfach nur gut vorhersagen können. Deshalb sprechen wir auch nicht mehr von rauf oder runter, sondern wir sprechen jetzt von Long und Short. Wenn ich auf steigende Kurse setze, dann ist das Long und wenn ich auf fallende Kurse setze, dann ist das eben Short oder noch einfacher. Long ist grün, Short ist rot. Je nachdem, ob der Mann nach links oder nach rechts schwankt. Und was uns dabei hilft, das vorherzusagen, das ist, dass der Fair Market Value sich auch ändern kann. Das ist vielleicht das Doofe für den Mann hier, dass sein Zuhause auch dauernd woanders steht und dass er unterwegs auch seine generelle Richtung ändern muss. Bei dem Token wäre das dann, wenn zum Beispiel jetzt ein Airdrop kommt oder wenn irgendwas passiert, was dem Token mehr Wert gibt oder auch weniger natürlich. Das heißt, dann ändert sich der Fair Market Value und auch wenn den keiner wirklich kennt, weiß man doch, dass es dann mehr grüne oder mehr rote Kerzen geben wird. Nehmen wir mal als Beispiel den Zay. Der Zay ist letztes Jahr gelauncht und jetzt Anfang des Jahres hatte der Zay sehr viel Social Media Aufmerksamkeit, weil er eine Blockchain ist, die einige tausend Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann. Und Anfang des Jahres hatten wir da so eine Phase, vor allem wo Solana vorher so gepumpt ist, im vierten Quartal 2023, wo die Influencer dann immer neue Blockchains gechillt haben, die noch schneller sind als Solana. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Aktuell sind es ja mehr so die AI Tokens, die geschillt werden und das ganze Narrativ von den schnellen Blockchains, den alternativen Layer Ones. Das ist jetzt so ein bisschen in den Hintergrund getreten und das sieht man auch im Preis von Zay ganz gut hier im Chart. Aber jetzt demnächst kommt bei Zay die Version 2 raus und die bringt ein paar super krasse Updates, vor allem solche, mit denen Zay, Ethereum und Solana Konkurrenz machen könnte und dann wird die Aufmerksamkeit der Influencer wieder womöglich auf den Zay fallen. Es wäre also spannend, jetzt mal auf einen steigenden Zay-Kurs zu setzen. Und dafür habe ich jetzt hier zwei Möglichkeiten. Hier in der Mitte ist das Order Book und da sieht man alle Kauf- und Verkaufsangebote für Zay hier auf Hyperliquid. Die Verkaufsangebote, also die Angebote von Leuten, die Zay gerade verkaufen wollen, sind rot und die sind hier in der oberen Hälfte und die sind nach Preis sortiert. Wobei die Angebote, die sehr nah am aktuellen Preis sind, die sind in der Mitte und die Angebote, die zu hoch sind, die sind weiter oben. Wenn man also gierig ist, dann steht man hier in der Liste weiter oben, weil man einen zu hohen Preis verlangt und keiner einem die Zay zu diesem Preis abkaufen will. Und unten sind dann die Kaufangebote und da ist es dann eben genau umgekehrt. Wenn jemand Zay kaufen will, aber zu wenig anbietet, dann steht das Angebot weiter unten in der Liste, sodass die Angebote, die preislich näher beieinander liegen, in der Mitte auch nah beieinander stehen. Und natürlich sind die Angebote hier nicht alle einzeln aufgelistet, sondern nach Preis zusammengefasst. Wenn hier viel bestellt wird, dann ändert sich das Order Book andauern und manchmal werden auch Angebote gelöscht, wenn jemand es sich dann eben anders überlegt. Man kann die Stufen, nach denen die Angebote zusammengefasst werden, auch gröber einstellen und dann beruhigt sich das Order Book ein wenig, weil die Preisabstände in der Liste einfach größer werden und man sieht jetzt nicht mehr jedes noch so kleine einzelne Angebot. Jetzt kann man selber ein Angebot in dieses Order Book reinschreiben und mal schauen, ob jemand zu diesem Preis anbeißt. Sagen wir mal, ich will Zay sehr, sehr günstig kaufen. Dann könnte ich also zum Beispiel reinschreiben, ich will Zay für insgesamt 500 US-Dollar kaufen und zwar zu einem Preis von 75 Cent pro Stück. Dann würde mein Gebot hier in der Liste entsprechend einsortiert werden und ich müsste warten, bis alle anderen Angebote, die höher sind als meins, abgearbeitet werden. Und erst wenn die ganzen Gebote für zum Beispiel 81 Cent abgearbeitet sind, dann wäre ich erst dran und so lange muss ich einfach warten. Meine Order bleibt also im Order Book liegen, bis der Preis sich in meine Richtung bewegt und dann erst bekäme ich die Zay und vorher würde ich nicht von steigenden Preisen profitieren, weil meine Order bis dahin noch nicht ausgeführt wird. Ich äußere also quasi nur meinen Wunsch, bei dem Preis einzusteigen, aber wenn das nicht klappt, dann passiert auch einfach nichts. Der Vorteil ist aber, wenn das klappt, dann startet meine Position bei einem sehr niedrigen Preis und macht dann auch einen größeren Gewinn. So was nennt man dann eine Limit Order. Das ist also eine Order, bei der der Preis, bei dem ich einsteige, garantiert ist. Weil erst wenn der Preis bei meinem Wunschpreis ankommt, dann wird meine Position tatsächlich auch erst aufgemacht und dann geht es eben erst los. Und ich setze jetzt mal eine solche Limit Order, indem ich sagen, wir versuche bei 76 Cent einzusteigen und der aktuelle Preis liegt so bei 79. Meine Order wird also noch nicht ausgeführt und liegt jetzt im Order Book und ich kann mir meine Order auch hier unten anschauen bei Open Orders. Da sehe ich dann die Einzelheiten, nämlich, dass ich eine Long Position aufmache in Höhe von 658 Sey zu 76 Cent das Stück. Meine Positionsgröße ist also 500 Dollar und wenn dann der Sey um 10% hoch geht, dann mache ich 50 Dollar Plus und natürlich auch umgekehrt, wenn der Sey um 10% fällt, dann mache ich 50 Dollar Minus. Das ist also eine Long Position und theoretisch kann ich das auch umgekehrt machen mit einer Short Position. Ich könnte also jetzt hier auf Short gehen und sagen wir mal eine Short Position aufmachen, sobald der Sey auf 81 steigt. Und hier gehe ich dann auf Limit und dann auf Short und am besten ignoriert man hier die Wörter Sell und Buy erstmal bei Sell, das suggeriert einem, dass man Sey verkaufen will und das würde dann ja voraussetzen, dass man Sey schon hat und das ist nicht der Fall. Man braucht hier wirklich keine Sey dafür und man kann Sey shorten, ohne Sey vorher gekauft zu haben. Man setzt eben einfach nur auf fallende Kurse und dafür braucht man keine Sey. Wichtig ist, dass man nur so viel einsetzen kann, wie hier oben steht unter Available to Trade und in dem Fall hier wären das dann ca. 2300 Dollar, also das, was ich auch in meinem Wallet habe. Und wenn ich schon eine Order am Laufen habe, dann reduziert sich das langsam. Klar, weil wenn ich jetzt zwei Mercedes bestelle, dann muss ich später auch mal zwei Mercedes bezahlen. Und unter Open Orders hier unten sehe ich dann zwei Orders, also eine Long und eine Short und ja, das geht beides gleichzeitig. Je nachdem, wo der Preis liegt, wird einfach die eine oder die andere Order zuerst ausgeführt. Die andere bleibt dann einfach liegen und wird dann später ausgeführt, wenn der Preis dann später in diese Richtung kommt. Und jetzt lösche ich diese beiden Orders einfach mal, weil der Preis hier noch ziemlich weit davon entfernt ist, indem ich hier auf Cancel drücke, weil das dauert jetzt einfach viel zu lange. Stattdessen kann ich mal versuchen, eine Limit Order zu setzen, indem ich einen besseren Preis anbiete. Und das wäre zum Beispiel der Fall, wenn ich bei Long einen Preis anbiete, der deutlich über dem aktuellen Marktpreis liegt. Also irgendwo hier, sagen wir mal im roten Bereich im Order Book, nehmen wir jetzt mal 84 Cent. Ich biete also eigentlich viel zu viel für den Sey. Und dann passiert Folgendes. Meine Order wird ganz kurz ins Order Book geschrieben und bleibt da nur ganz kurz drin. Und weil es jetzt genug Leute gibt, die meine Order annehmen wollen, und das sieht man hier im Order Book im roten Bereich, deshalb wird meine Order direkt ausgeführt und wird dann automatisch zu einer Long Position. Das heißt also, meine Order hat geklappt. Das Coole ist aber, dass es nicht schlimm ist, dass ich einen viel zu hohen Preis geboten habe, weil das Order Book ja der Reihe nach abgearbeitet wird. Ich bekomme also immer den besten Preis aus dem Order Book und es ist egal, dass ich zu viel geboten habe. Und jetzt ist es so, dass ich eine Long Position habe, die bei ca. 81 Cent anfängt. Das sieht man hier unter Entry Price. Und jemand anders hat dann umgekehrt eine Short Position, die bei demselben Preis anfängt. Es ist also ein Deal zustande gekommen. Und dadurch ändert sich auch der aktuelle Preis, weil der ist immer der Preis des letzten Deals, der ausgeführt wurde. Und oben im Chart sehe ich jetzt auch meine Position als eine Linie eingezeichnet. Und das ist dann eben mein Einstiegspreis. Und dann kann ich hier direkt sehen, ob ich ein Plus bin oder ein Minus. Noch genauer sehe ich das aber hier unten unter Positions, wo ich alle Infos habe, die meine Position betreffen. Und hier sehe ich erstmal meine Positionsgröße. Und das sind hier 595 Sey, den aktuellen Wert meiner Position. Das sind knapp 500 Dollar. Und der Einstiegspreis, der steht unter Entry Price und der aktuelle Preis unter Mark Price. Und dann habe ich hier den P&L. Das ist der Gewinn oder der Verlust meiner Position. Und dann sehe ich hier den Liquidierungspreis. Und den lassen wir jetzt im Moment erstmal weg, weil wir noch keinen Hebel benutzen. Und dann den Margin. Der Margin, das ist meine Einlage plus den Gewinn, den ich gemacht habe. Oder eben auch Minus, wenn ich mit der Position im Verlust bin. Und außerdem werden die laufenden Kosten meiner Position abgezogen. Und die sehe ich hier unter Funding. Momentan ist das noch nichts. Und je länger die Position läuft, desto höher kann das Ganze gehen. Dazu kommen wir dann aber später noch, weil das ist ein super wichtiges Thema. Und vor allem kann es paradoxerweise sein, dass ich für meine Position auch Geld bekomme. Dass die Position also Geld verdient und nicht Geld kostet. Aber wie gesagt, dazu dann später mehr. Ich lasse die Position jetzt erstmal in Ruhe laufen und komme hier später nochmal zurück. Ich nehme jetzt meinen anderen Token und zwar den W-Token. Das ist der Wormhole-Token. Und das Besondere hier ist, dass es den Token noch gar nicht gibt. Und das ist ziemlich cool, dass man hier bei Hyperliquid auch einige wenige Tokens traden kann. Obwohl die noch gar nicht existieren. Und man wettet dann sozusagen auf den Startpreis des Tokens. Und das ist natürlich mega riskant, weil ja keiner wirklich weiß, wo die Tokens wirklich traden werden. Und man weiß auch nicht, wann sie rauskommen und ob sie überhaupt rauskommen. Man findet diese Tokens hier in der Tokenlist unter Pre-Launch-Tokens. Und der W-Token tradet aktuell bei 1,70 Dollar ungefähr. Auch hier kann ich tatsächlich eine Long-Position aufmachen und wetten, dass der Token beim Launch dann einen höheren Preis erzielt. Oder ich kann natürlich auch eine Short-Position aufmachen und dann eben auf das Gegenteil setzen. Und angenommen, ich wäre jetzt der Meinung, dass der W unter 1,70 Dollar traden wird, wenn er auf den Markt kommt. Und dann würde ich natürlich jetzt Short gehen. Also auf einen fallenden Kurs setzen und eine Short-Position aufmachen. Und jetzt könnte ich das so machen wie beim Say und eine Limit-Order setzen mit einem Preis irgendwo unter dem aktuellen Marktpreis. Also zum Beispiel hier im grünen Bereich bei 1,60 Dollar oder so. Aber es gibt noch eine einfache Möglichkeit und die besteht darin, dass ich stattdessen eine Market-Order mache. Und auch hier setze ich den Hebel erstmal auf 1x, weil ich hier erstmal keinen Hebel machen will. Jetzt ist das ohne Hebel erstmal einfacher zum Erklären. Eine Market-Order kauft einfach so lange W-Tokens aus dem Order-Book, bis die gewünschte Menge erreicht ist. Dazu kann ich hier auch einstellen, dass ich 400 W haben will und dann stelle ich das hier bei Size um von USD in W. Also wenn ich hier zum Beispiel eine Short-Position mit 400 W aufmachen möchte, dann würden hier aus dem Order-Book alle Angebote angenommen werden, bis die gewünschte Größe von 400 zusammenkommt. Und zwar zu dem Preis, der jeweils dahinter steht. Und da sieht man in der mittleren Spalte, dass wir hier ein Angebot zu 126 W haben und dann zwei Angebote zu jeweils 100 W. Und das sind dann insgesamt schon einmal ca. 320 W. Und dann fehlen ja noch 80 Stück und die kommen dann aus der 500er Portion, die danach im Order-Book steht. Der Preis wird dabei natürlich immer schlechter und das sieht man hier in der ersten Spalte. Da steht der Preis der jeweiligen Tranche und mein Einstiegspreis ist dann am Ende sowas wie der Durchschnitt aus diesen ganzen Trangen, die hier jetzt in meine Order einschließen. Bei einer Market-Order wird also das ganze Order-Book abgearbeitet, bis meine Order ausgeführt wird. Die Order wird also sofort ausgeführt, aber der Preis steht dabei nicht fest. Ich bekomme zwar den besten Preis, aber der hängt dann davon ab, wie viele Angebote es gibt und wie hoch die Menge dieser Angebote ist. Man sagt auch, dass das Order-Book dick ist oder auch dünn, je nachdem wie viele Angebote es da drin gibt. Der Unterschied zur Limit-Order ist, dass es bei der Limit-Order genau umgekehrt ist. Da ist die Ausführung meiner Order nicht garantiert, wie bei der Market-Order, wo ich ja am Ende garantiert eine Position habe. Bei der Limit-Order kann es sein, dass ich noch warten muss, bis der Preis dann passt. Umgekehrt dagegen ist bei einer Limit-Order der Preis garantiert und bei der Market-Order nicht. Ich kann beides einsetzen, wie ich es brauche. Beides sind wichtige Tools, die man einsetzen kann. Bei der Limit-Order kann man bestimmen, zu welchem Preis man einsteigt. Bei der Market-Order kann man dagegen sofort rein, dafür aber zu einem unbestimmten Preis. So, und jetzt haben wir also geklärt, was der Unterschied zwischen Limit und Market-Order ist und auch zwischen Long und Short. Jetzt fehlt noch ein wichtiger Unterschied zwischen Long und Short und das ist das Risiko. Bei einer Short-Position mache ich Gewinn, wenn der Kurs runter geht und natürlich Verlust, wenn der Kurs rauf geht. Mein Verlust ist gesichert mit meiner Einlage und die war ungefähr bei 670 Dollar. Das heißt, wenn mein Verlust größer wird als meine Einlage, also meine Sicherheit, dann wird meine Position automatisch aufgelöst. Weil meine Sicherheit nicht mehr ausreicht, um meine Position zu besichern. Das nennt man dann Liquidierung und dann habe ich tatsächlich meine gesamte Einlage verloren und alles ist weg. Das ist das Risiko und das Risiko habe ich immer bei einer Short-Position und auch bei einer Long-Position. Aber schauen wir uns mal die Short-Position zuerst an und überlegen mal, wann das passiert. Meine Sicherheit war 670 Dollar ungefähr und das bedeutet, dass wenn der Preis hoch geht, so dass ich diese 670 Dollar Verlust mache, dann ist meine Sicherheit weg und die Position wird geschlossen. Zum Glück rechnet die Plattform den Preis aus, bei dem das passiert und den finde ich hier unter Liquidation Price. Und der liegt aktuell bei 2,80 Dollar ungefähr und den erkenne ich auch im Chart an der roten Linie hier oben. Und ich erkenne das übrigens auch sehr gut am Margin, weil der Margin ist ja meine Sicherheit minus meinem Verlust, minus der aufgelaufenen Kosten der Position. Das heißt, wenn der Margin auf 0 fällt, dann ist mein Verlust genauso groß wie meine Sicherheit und das passiert genau dann, wenn der W auf 2,80 Dollar steigen sollte. Der Margin darf also nicht auf 0 fallen. Bei einer Long-Position sieht das eigentlich nicht anders aus, aber hier läuft es eben umgekehrt. Also wenn der Preis fällt, dann entsteht Verlust und wenn der Verlust größer ist als die Einlage, dann wird die Position liquidiert. Nur bei einer Long-Position wie der Zay-Position hier kann das eigentlich nicht passieren, weil der Zay dann ja schon auf 0 fallen müsste. Zumindest theoretisch. Aber das wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht passieren. Irgendeinen Preis wird es immer geben, auch wenn er nur so ein paar Mikrocent hoch ist. Das heißt, der Wert der Position kann nur auf 0 gehen, wenn der Preis glatt 0 wird, okay? Und dennoch habe ich hier einen Liquidierungspreis von knapp über 0. Und wie kann das eigentlich sein? Und das liegt an den laufenden Kosten der Position, weil die Position ja Geld kostet, je länger sie läuft. Und das führt dann auch zu einem Verlust, der über die Zeit anwächst. Und weil diese Kosten von meiner Sicherheit abgehen, geht auch mein Margin nach und nach auf 0, zumindest wenn die Position nur lange genug läuft. Und jetzt wird es mal Zeit, über die laufenden Kosten einer Position zu sprechen. Und da geht es jetzt um die Funding Rate. Die findet man hier oben in der Leiste und hier beim W-Token beträgt die Funding Rate 0,0013% pro Stunde. Das sind also sozusagen Zinsen, die jede Stunde anfallen. Wenn man da mit der Maus drüber fährt, dann sieht man auch, wie hoch der Zinssatz pro Jahr insgesamt ist. Und dann wären wir also etwa bei 11% an Kosten pro Jahr. Und die Funding Rate ist nicht überall gleich. Jeder Token hat eine eigene Funding Rate. Und da sieht man zum Beispiel, dass der Zay eine Funding Rate von auch circa 11% pro Jahr hat. Aber wenn man sich mal die Liste mit den Assets aufruft, dann sieht man hier schon auch ziemlich unterschiedliche Werte. Nehmen wir mal den Maker Token. Da haben wir dann schon aktuell über 30%, aber die Funding Rate, die ist hier negativ. Bei den anderen beiden Tokens war die Funding Rate positiv. Heißt das jetzt etwa, dass eine Position mit dem Maker Token hier negative Kosten produziert? Also quasi Einnahmen. Und die Antwort ist, ja, das ist tatsächlich so. Aber nur, wenn ich beim Maker Token eine Long Position aufmache. Denn eine negative Funding Rate heißt, dass die Short Positionen die Long Positionen bezahlen. Und wenn die Funding Rate positiv ist, dann bezahlen die Long Positionen die Leute, die Short Positionen haben. Ziemlich verwirrend, oder? Also, erstmal wird einem das ganze Prinzip nochmal erklärt, wenn man hier mit der Maus drüber geht. Und dann kommt hier ein kleines Pop-up, das einem das nochmal erklärt. Es hilft aber, wenn man sich klar macht, wie dieses Prinzip eigentlich zustande kommt. Die Idee ist einfach, dass der Markt manchmal eine klare Tendenz in eine bestimmte Richtung hat. Und dann sind alle entweder Long oder es sind alle Short. Zum Beispiel beim Bitcoin ETF waren alle über lange Zeit ziemlich bullish. Und kaum einer hat hier eine Short Position aufgemacht. Und das ist für den Exchange selber natürlich schlecht. Weil wenn die Preise hochgehen, dann müssen die Gewinne ja irgendwo herkommen. Und der Markt braucht also auch Verlierer. Wenn aber jetzt alle Long sind und keiner Short, dann gibt es einfach keine Verlierer. Oder besser gesagt, möchte keiner gerne gegen die Bullen wetten, wenn nächste Woche halt der ETF rauskommt. Und ebenso mit den AI-Tokens. Kaum einer wird wohl bearish AI sein. Ich meine, AI ist schließlich die Technologie der Zukunft. Wenn aber keiner Short sein will, dann wird es auch keine Long Positionen geben, weil es einfach keinen Gegenpart gibt. Und das ist schlecht, weil es ja dann einfach auch keine Deals mehr gibt. Aus diesem Grund gibt es einen Mechanismus, der es nach und nach immer ein bisschen attraktiver macht, sich gegen den Markt zu positionieren. Man bekommt dann Geld geschenkt von der Mehrheit der Teilnehmer, wenn man dagegen wettet und sich auf die Seite der Minderheit schlägt. Die Funding Rate fließt also immer von der Mehrheit der Teilnehmer an die Minderheit, an die Gegenpartei. Wenn alle Long sind, dann kostet das Geld und die Bären bekommen das Geld von den Bullen. Und wenn alle Short sind, dann fließt das Geld von den Bären an die Bullen. Und je unausgeglichener der Markt ist, desto mehr steigt die Funding Rate. Und das ist ein echt fieser und hinterhältiger Mechanismus, der viel effektiver arbeitet, als man meinen würde. Nehmen wir hier zum Beispiel mal den Blur und da ist die Funding Rate auch negativ. Das heißt, dass die Bären jetzt die Bullen bezahlen. Und hier sind also gerade alle Short und das Ungleichgewicht ist so hoch, dass die Funding Rate schon auf deutlich über 100% gestiegen ist. Man bekommt also umgekehrt über 100% APR, wenn man jetzt Long Blur geht und gegen den Rest der Welt wettet. Man muss sich das mal klar machen. Wenn man jetzt Short ist, dann wird die ganze Position durch die Kosten aufgefressen, noch bevor man ein ganzes Jahr in der Position ist. Man kann nicht mal ein ganzes Jahr Short sein, wenn man jetzt eine neue Position aufmacht. Der ganze Gewinn, den man hier macht, verschwindet nach neun oder zehn Monaten wieder und geht dann an die Bullen. Was macht man also? Man schließt irgendwann die Position, bevor es zu spät ist. Und dann kommt das alles tatsächlich nach und nach wieder ins Lot. Jetzt könnte man meinen, das kann aber ganz schön lange dauern, bis alle ihre Positionen schließen. Und das ist tatsächlich das Hinterhältige an der Funding Rate. Wenn man nämlich ein sehr hohes Risiko fährt und der Margin schon ganz kurz vor Null ist und dann die Funding Rate von 10, sagen wir mal, auf 100% steigt, dann haut einen das schon mal super schnell weg, weil die Position dann alleine durch die laufenden Kosten liquidiert wird, weil man einfach keine Reserve mehr hat. Und das führt dann zu einer Liquidierungskaskade, weil ja, wenn der Markt sehr stark in eine Richtung tendiert, auch alle immer riskantere Positionen laufen lassen, zum Beispiel durch einen hohen Hebel oder ähnliches. Und das Bild mit dem besoffenen Mann und den Promille, das passt also ziemlich gut. Wenn die Funding Rate hoch ist, dann ist der Markt richtig besoffen und desto irrationaler werden die Entscheidungen und das Risiko steigt, nicht wahr? Das heißt, wenn man dann gegen den Markt wettet, dann wird man, je länger man das tut, auch immer mehr belohnt durch die hohe Funding Rate und gleichzeitig steigt ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt sich in die eigene Richtung dreht und man dann Fett Plus macht. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum der Markt in besonders heißen Phasen plötzlich dann crasht. Und das kann man auch schön für sich nutzen, wenn man wissen will, wie riskant der Markt gerade so ist. Hier im Altcoin-Markt sind Funding Rates von um die 10% sehr, sehr moderat. Das ist in traditionellen Märkten schon ziemlich hoch, aber bei den Altcoins ist das quasi der ganz normale Wahnsinn. Die Funding Rate, die kann in sehr bullischen Phasen schon mal auf 700 oder sogar 1000% steigen, also pro Jahr. Und dann sind wir meistens ganz kurz vor dem Crash. Das kann entweder einen einzelnen Token betreffen, aber auch den gesamten Markt. Und manchmal hat man auch Tokens, die komplett anders laufen als der restliche Markt. Das ist also alles irgendwie immer ein bisschen unterschiedlich. Die Funding Rate ist ein sehr, sehr guter Kompass, was das eigene Risiko angeht, wenn man eine Position offen hat oder auch, wenn man einsteigen will. Bei einer sehr hohen Funding Rate würde ich eher gegen den Markt wetten und meistens im Altcoin-Sektor während des Bullenmarktes sind eben alle bullisch in heißen Phasen. Und dann lohnt es sich schon mal einfach einen kleinen Short aufzumachen mit einem einigermaßen passablen Hebel. Die Chancen stehen gut, dass man damit durchkommt. Und das ist dann natürlich auch keine Garantie, weil manchmal geht es dann einfach noch weiter hoch. Jedenfalls kann man die Größenordnung der Funding Rate ganz gut an der Anzahl der Nachkommastellen ablesen. Und wenn da zwei oder drei Nullen oder mehr stehen, dann ist die Situation eher entspannt. Und wenn da nur eine Null hinter dem Komma steht, dann wird es so langsam heiß. Das kann man tatsächlich auch sehr schön auf den ersten Blick sehen. Und zwar hier in der Liste ist die Funding Rate pro acht Stunden angegeben. Das muss man also eigentlich durch acht teilen. Oder man macht es sich ziemlich einfach und fügt noch eine Nachkommastelle anteilt, also einfach durch zehn stattdessen. Dann hat man die stündliche Funding Rate. Und das passt zwar dann nicht ganz, aber es geht ja jetzt auch nur um eine grobe Schätzung. Und nach einer Weile hat man das eh so ein bisschen im Gefühl. Ich kann die Funding Rate also sehr gut als eine Art Risikoindikator sehen, also quasi wirklich ein Promillemesser. Und wenn ich zum Beispiel long bin und im Plus, dann kann ich abschätzen, ob ich besser mal die Reißleine ziehe und meine Gewinne absichere. Und dazu kann ich dann meine Position einfach zumachen. Und dann gehört mir der ganze Gewinn. Und das kann ich also quasi immer machen. Und das geht, indem ich hier auf Market klicke. Und dann ist die Position weg und ich bin raus. Das geht immer. Und übrigens kann ich das auch nur mit Teilen meiner Position machen, indem ich hier sage, dass ich zum Beispiel nur die Hälfte meiner Position schließen will. Und manche nutzen das, um sich nach und nach die ursprüngliche Einlage rauszunehmen und den Rest dann einfach weiter laufen zu lassen. Aber was, wenn ich jetzt noch abwarten möchte? Vielleicht geht der Preis ja noch weiter hoch. Dann kann ich einstellen, dass ich nur verkaufen will, wenn der Preis unter einen bestimmten Wert fällt. Ich bleibe also bei steigenden Preisen immer weiter in der Position drin und nehme den ganzen Gewinn mit. Aber gleichzeitig sichere ich mich ab gegen den Fall, dass ich zu sehr ins Minus rutsche, wenn es wieder runter geht. Und das ist dann eine sogenannte Stop-Loss-Order. Mit der ich meine Verluste also begrenzen kann. Und die Stop-Loss-Order, die setzt man typischerweise, wenn man schon im Plus ist und einen Teil der Gewinne absichern möchte, aber die Position jetzt nicht direkt schon schließen möchte. Eine Stop-Loss-Order kann ich für eine Position setzen, indem ich hier rechts auf diesen Stift bei TP-SL klicke. Und dann kann ich eben meine Order einstellen. Und hier unten kann ich dann eine Prozentzahl oder auch einen Verlust in Dollar einstellen. Also zum Beispiel, wenn meine Position jetzt um 100 Dollar runter geht, dann möchte ich, dass meine Position aufgelöst wird. Und was dann noch an Gewinn übrig ist, das möchte ich dann behalten. Das geht aber auch mit Prozenten. Also ich kann jetzt sagen, wenn der Preis um 20 oder 30 Prozent fällt, dann möchte ich die Position auflösen und den Rest behalten. Oder auch, wenn ich hier einen bestimmten Preis eintrage, das kann man stattdessen auch machen. Das bedeutet, wenn ich im Plus bin, dann sichere ich so meinen Gewinn ab. Und wenn ich im Minus bin, dann begrenze ich den Verlust dadurch. Diese Stop-Loss-Order, die findet man auch hier bei den Open Orders. Und da kann ich die Order dann auch löschen oder auch nochmal anpassen. Und das Ganze funktioniert aber auch umgekehrt. Also mal angenommen, ich möchte meine Long-Position auflösen, wenn der Kurs bis zu einem bestimmten Preis hochgegangen ist. Dann kann ich die Position so einstellen, dass ich dann automatisch die Position schließe, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Menge an Gewinn erreicht habe. Das ist super, weil wenn dann der Preis wieder crasht, dann bin ich tatsächlich schon raus. Und das nennt man dann eine Take-Profit-Order und die kann man an derselben Stelle einstellen. Also angenommen, ich will bei 100 Dollar Gewinn aussteigen, dann stelle ich das hier ein. Und dann sehe ich, dass der Preis dafür schon auf 98 Cent steigen müsste, bevor das dann auch passiert. Und auch hier landet die Take-Profit-Order bei den Open-Orders und man sieht die auch im Chart als Linie hier. Okay, nachdem wir nun diese ganzen Tools zur Verfügung haben und auch einsetzen können, können wir uns mal mit dem Hebeln befassen. Und für diejenigen, die jetzt über die Kapitel an diese Stelle hier gesprungen sind, es wäre schon gut, wenn ihr die folgenden Konzepte wirklich verstanden habt und auch anwenden könnt. Und das ist vor allem das Prinzip hinter dem Margin und wie sich der berechnet und warum der wichtig ist. Klar, Long und Short sowieso und am besten auch Take-Profit und Stop-Loss und vor allem auch das Prinzip hinter der Liquidierung. Das sind alles Konzepte, wenn man die drauf hat, dann ist das mit dem Hebeln wirklich super easy. Aber auf jeden Fall empfehle ich, erstmal einige Trades ohne Hebel zu machen und dabei sich die ganzen Konzepte vor Augen zu führen und daher an diejenigen, die jetzt hier hingesprungen sind, einfach die Kapitel vorher nochmal durchgehen und dann hierhin nochmal wiederkommen. Das lohnt sich wirklich. Okay, bisher haben wir noch ohne Hebel getradet und beim Hebeln laufen jetzt quasi alle Fäden zusammen. Wir hatten ja jetzt immer ein Hebel von 1 und das ist dann tatsächlich kein Hebel. Also mal ganz nebenbei ein Hebel von 0, den gibt es nicht. 1, ein Hebel von 1, das heißt kein Hebel. Was ist jetzt das Coole am Hebeln? Und das ist vor allem, dass die Positionsgröße sehr, sehr viel größer sein kann als vorher. Das bedeutet dann eben auch mehr Gewinn. Klar, wenn man eine Position von einem Bitcoin hat, dann macht man viel weniger Gewinn, als wenn man eine Position von 10 Bitcoin hat. Wenn der Bitcoin dann um einen Prozent rauf geht, dann macht man in dem einen Fall zum Beispiel 800 Dollar Gewinn und in dem anderen Fall 8000. Es wäre also schön, wenn man mehr Geld zum Traden zur Verfügung hätte und das kann man auch tatsächlich haben, indem man sich das Geld einfach leiht und dann später wieder zurückzahlt. Aber natürlich steigt damit auch das Risiko und das besteht vor allem darin, dass man so viel Verlust macht, dass man das geliehene Geld nicht mehr zurückzahlen kann. Und das kann bei einer Börse wie Hyperliquid nicht passieren. Also man kann nicht mehr verlieren, als man auch einlegt. Man geht also auf keinen Fall mit Schulden daraus. Und das ist also schon mal kein Problem. Aber was definitiv passieren kann, das ist, dass alles weg ist, was man bei der Börse eingelegt hat. Und das kann schon ziemlich bitter sein, wenn man sagen wir mal 2000 Dollar zum Traden hat und die dann weg sind und man alles verloren hat. Und das ist ein reales Risiko beim Hebeln und vor allem mit Altcoins. Das ist wirklich das riskanteste, was man so machen kann. Altcoins, vor allem Meme-Coins mit Hebel traden. Daher sollte man sich hier langsam vortasten und das Risiko dadurch begrenzen, dass man mit kleinen Beträgen anfängt und erstmal lernt. Also ich hatte ja am Anfang des Videos gesagt, dass wir hier beim Margin Trading sowieso die Tokens nicht wirklich kaufen, sondern uns immer Geld leihen, wenn wir unsere Position aufbauen. Beim Hebel von 1 ist das tatsächlich genauso. Nur, dass wir hier genauso viel an Sicherheit einlegen, wie wir uns ausleihen. Und das heißt, immer wenn wir sagen wir 100 Dollar Verlust machen, dann sinkt der Margin um genau diesen Betrag. Der Verlust wird abgezogen von der hinterliegten Sicherheit und der Margin ist dann zum Beispiel statt 500 nur noch 400. Wenn der Margin auf 0 fällt, dann wird die Position aufgelöst und unsere Sicherheit ist dann für immer weg. Jetzt ist es so, dass ich nicht unbedingt darauf beschränkt bin, dass Sicherheit und Darlehen gleich hoch sind. Ich kann mir durchaus auch mehr leihen, als ich als Sicherheit hinterlege. Also ganz einfaches Beispiel. Ich kann eine Sicherheit von 1000 Dollar hinterlegen und damit eine Positionsgröße von 2000 Dollar aufmachen und egal in welche Richtung, also Long oder Short. Und in diesem Fall wäre der Hebel nicht 1, sondern 2. Die Position ist doppelt so groß wie die hinterlegte Sicherheit. Und das geht natürlich auch mit einem Dreierhebel. Und dann ist die Position dreimal größer als die Sicherheit. Die Position wäre dann also 3000 Dollar und das geht tatsächlich hoch bis 50. Und dann wäre meine Sicherheit zum Beispiel 1000 Dollar. Ich könnte aber eine Position aufmachen in der Größe von 50.000 Dollar. Wenn jetzt meine Position 1% Gewinn macht, dann wäre das bei einem Einerhebel ein Gewinn von 10 Dollar, bei einem Zweierhebel dann 20 Dollar und so weiter. Und bei einem Fünfzigerhebel dann sogar 500 Dollar. Das Geld, das ich eingelegt habe, das ist immer gleich. Und wenn ich Einlage und Gewinn vergleiche, dann sehe ich das wahre Potenzial meines Hebels. Bei einem Fünfzigerhebel reicht ein Preisanstieg von nur einem Prozent, damit ich 50% Rendite mache. Und das ist natürlich ziemlich klasse. Aber natürlich geht das Ganze auch andersrum und da wird dann klar, wie riskant das Ganze ist. Wenn die Position einen Verlust von nur einem Prozent macht, dann entsteht bei dem Fünfzigerhebel ein Verlust von 500 Dollar. Und das ist schon die Hälfte meiner Sicherheit. Ein Verlust von 2% sorgt dann dafür, dass mein Verlust schon meine gesamte Sicherheit aufrisst. Wenn man jetzt mal überlegt, dass bei Altcoins Schwankungen von mehr als 30% an der Tagesordnung sind, dann wird klar, wie absurd Hebel von 50 oder bei manchen anderen Plattformen sogar 100 oder 1000 sind. Das funktioniert in der Praxis einfach überhaupt nicht und in den allermeisten Fällen unterschätzen die Trader die Wirkung von einem zu hohen Hebel. Stattdessen kommt es darauf an, den Hebel richtig zu setzen. Und das hängt dann eben von der Situation ab. Also erst mal, wie stellt man den Hebel denn richtig ein? Das geht hier über die drei großen Knöpfe oben, da wo man die Position aufmacht. Und den rechten Knopf, den kann man erst mal ignorieren, weil die Variante Hedge sowieso noch nicht existiert. Da kann man eh nur One-Way einstellen. Der zweite Knopf hier, der ist der Hebel selber und das geht von 1 bis zu 50 hoch, wobei nicht alle Assets so hohe Hebel zulassen. Hier beim Say ist das maximal ein 10-fach Hebel, was ja auch schon eine ganze Menge ist. Und dann gibt es hier noch Isolated und Cross Margin und da kann man einstellen, ob man eine einzige Sicherheit für alle Positionen einlegen will oder ob jede Position einzeln mit einer eigenen Sicherheit besichert ist. Und was ist da der Unterschied? Bei der Cross Variante zahle ich einmal sagen wir 1.000 Euro ein und dann wird geschaut, wie viel alle meine Positionen insgesamt im Minus sind. Wenn alle zusammen, also die Summe, mehr Verlust haben, als ich an Sicherheit hinterlegt habe, dann werden alle Positionen gleichzeitig liquidiert und nichts bleibt mehr übrig. Der Vorteil ist, dass eine einzelne Position stark im Minus sein kann, solange die anderen Positionen das irgendwie ausgleichen. Aber wenn nicht, dann verliert man wirklich alles auf einmal. Ich kann davon nur abraten, weil es hier unmöglich ist, für die einzelnen Positionen Liquidierungspreise auszurechnen. Und das aktuelle Risiko ist so dann auch ein bisschen so eine Art Blindflug. Klar ist das bequem, dass man einfach nur Geld einzahlen muss, um die Sicherheit zu erhöhen. Aber das kommt zu dem Preis, dass man super schnell den Überblick verliert. Diese Variante, die ist sehr, sehr beliebt, weil man hier viel weniger Kapital braucht und damit dann viel mehr Positionen gleichzeitig offen haben kann, als bei der anderen Variante. Bei Isolated sieht man dagegen genau, wann eine einzelne Position in Gefahr ist und kann das dann zielgerecht absichern. Am Ende ist das sogar viel kapitaleffizienter, weil man die Sicherheit auch gezielt reduzieren kann, wenn es gut läuft. Alle meine Positionen sind bei mir im Modus Isolated, weil ich dann präziser arbeiten kann. So, wie findet man jetzt den richtigen Hebel? Und ich kann da nur dringend davon abraten, das nach Bauchgefühl zu machen. Da setzt sich dann nur die Gier durch und das Risiko ist dann automatisch zu groß. Nehmen wir als Beispiel mal den BitTensor Token, den TAU. Der hat in der letzten Zeit sehr stark performt, hat aber jetzt in den letzten Tagen auch ein bisschen den Preis nachgegeben. Und ich bin aber jetzt dennoch bullisch, also das ist jetzt tatsächlich hier nur als Beispiel gedacht, weil ich denke, dass das AI-Narrativ noch eine Weile weitergeht und das ist dann tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis der Token wieder hochgeht. Aber wie gesagt, ist nur ein Beispiel, ist jetzt keine Preisvorhersage von mir. Es geht jetzt nur darum, hier mal was zu zeigen. Jetzt passe ich mir den Chart hier erstmal so an, dass der hier schön zu sehen ist und das ich hier mal gut planen kann. Man sieht hier, dass der Token noch gar nicht so lange auf Hyperliquid ist und dass ich nur etwa einen Monat an Daten habe. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig und da wäre es schon ganz praktisch, wenn ich das hier ernsthaft traden würde, wenn ich mir bei TradingView einen Account machen würde, denn da habe ich dann noch mehr Daten. und in diesem Fall hier muss ich aber erstmal damit auskommen, was ich hier habe. Und hier steht der Hebel auf 5 und jetzt sehe ich hier, dass ich dann einen Liquidierungspreis von 576 hätte, wenn ich das jetzt so machen würde. Das bekommt man nur angezeigt, wenn man auch eine Zahl eingibt. Also trage ich hier einfach mal irgendwas ein. Die Zahl ist erstmal egal, also es muss irgendwas Realistisches sein und nur so bekomme ich dann auch den Liquidierungspreis und der ist mir hier zu hoch. Ich kann den ja auch hier mal reinmalen, indem ich jetzt eine horizontale Linie einziehe und dann sieht man das schön, wie nah das Ganze ist und ich würde lieber einen Liquidierungspreis hier unten irgendwo am unteren Ende der Kerze haben. Und dafür kann ich mal schauen, wo das so ist, indem ich die Linie einfach nach unten ziehe. Und das wären dann so ungefähr 468, also sagen wir mal 470 Dollar. Und jetzt stelle ich den Hebel so lange runter, bis das ungefähr passt. Bei einem Zweifachhebel ist der Liquidierungspreis dann ein bisschen zu niedrig und bei 3 passt das dann schon ganz gut. Es kommt jetzt erstmal nicht so drauf an, dass das hier ganz genau ist. Und wenn ich dann den richtigen Hebel gefunden habe, dann passe ich die Positionsgröße so an, dass die benötigte Sicherheit dem Betrag entspricht, den ich riskieren will. Und diesen Betrag finde ich hier unter Margin Required. Ich gehe hier also von meinem Risiko aus. Also wie viel bin ich maximal bereit zu verlieren? Also Schritt 1 ist, wo will ich den Liquidierungspreis haben? Wenn ich den gefunden habe, kommt Schritt 2. Ich passe den Hebel so an, dass der Liquidierungspreis in der Nähe meiner Vorstellung liegt. Und das muss am Anfang jetzt tatsächlich nicht hundertprozentig passen. Das kann man später noch optimieren. Der dritte Schritt ist dann, ich überlege mir, wie viel ich maximal bereit bin zu verlieren, wenn die Position den Bach runter geht. Das wäre der Worst Case. Und weil mein Risiko isoliert ist, weiß ich jetzt ganz genau, ich kann maximal, sagen wir 1000 Dollar verlieren. Das Risiko ist begrenzt auf diesen Betrag. Und danach stelle ich dann die Positionsgröße ein. Also so, dass der Margin, also die benötigte Sicherheit, maximal, sagen wir 1000 Dollar ist. Und dann mache ich die Position auf über eine Market Order. Und alles andere stelle ich dann später ein, wenn die Position erstmal läuft. Also nochmal die Logik hinter der Vorgehensweise. Also der Hebel, den ich nehmen kann, der hängt vom Liquidierungspreis ab. Den suche ich mir selber aus. Und zwar so, dass ich denke, dass der Preis da sehr, sehr wahrscheinlich nicht so schnell ankommen wird. Und wenn ich den richtigen Hebel gefunden habe, dann suche ich mir einen Betrag aus, den ich maximal als Sicherheit hinterlegen möchte. Und das ist mein maximales Risiko, das ich eingehen will. Und danach passe ich dann eben entsprechend die Positionsgröße an. Die Positionsgröße ist also der letzte Wert, den ich einstelle. Okay, die Position läuft jetzt. Und was mache ich jetzt, wenn die Position sich mal an die Liquidierungsgrenze bewegt? Da muss ich überlegen, ob ich weiter grundsätzlich bullisch bin und die Position aufrechterhalten will. Falls das nicht der Fall ist, dann löse ich die Position einfach auf und nehme den Verlust in Kauf. Oder ich warte auch, bis die Position liquidiert wird. Vielleicht kriegt sie ja irgendwie noch die Kurve und geht kurz vorher nochmal hoch. Wenn ich aber bullisch bin und denke, dass der Preis nochmal hoch geht, dann kann ich hier meine Sicherheit nochmal erhöhen und dazu brauche ich neues Geld, das ich hier einzahle. Und dann kann ich den Margin erhöhen. Und weil ich hier nicht mehr so viel Geld habe, löse ich jetzt mal die Position mit dem W-Token auf. Und die ist ja auch sowieso leicht im Plus. Dann kann ich den Margin von da verwenden, um die Tau-Position zu stützen. Das würde ich aber tatsächlich nur machen, wenn die Tau-Position im Minus wäre. Und das ist hier ja tatsächlich nicht der Fall. Aber das ist ja wirklich jetzt nur ein Beispiel. Und der Liquidierungspreis, der liegt hier ja bei 480 Dollar. Und wenn ich jetzt den Margin erhöhe, dann geht der Liquidierungspreis runter auf 313 Dollar. Und so habe ich jetzt also etwas mehr Puffer nach oben und kann warten, bis der Preis wieder hoch geht. Wenn es aber umgekehrt läuft und ich sehr stark im Plus bin, dann könnte ich auch aus dem Margin etwas rausnehmen und dann geht der Liquidierungspreis auch wieder hoch. Das Risiko steigt dann aber auch. Und dafür gibt es dann eben auch eine bessere Variante und das ist, einen Stop-Loss zu setzen. Da kann ich dann einstellen, wie viel ich bereit bin, von meinem Gewinn wieder abzugeben. Und das würde ich in dem Fall machen, dass ich stark im Plus bin und dann würde ich den Stop-Loss zum Beispiel so setzen. Also angenommen, ich wäre mit der Position jetzt im Plus zum Beispiel, ich hätte 200 Dollar Gewinn hier im P&L stehen und dann würde ich den Stop-Loss so einstellen, dass ich zum Beispiel davon maximal noch 50 Dollar abgeben möchte, bevor ich die Position schließe. Dann klicke ich hier auf den Stift, hier neben TP-SL und würde hier einen Verlust von 50 Dollar einstellen und das ergibt dann in dem Beispiel hier einen Preis von 645 Dollar, bei dem meine Position geschlossen wird. Wenn der Preis also auf diesen Wert fällt, wird meine Position automatisch aufgelöst und ich darf den verbleibenden Gewinn behalten. Ich hätte dann insgesamt 150 Dollar Gewinn gemacht, also nicht wirklich hier in diesem Fall, weil ich ja gar keinen nennenswerten Gewinn gemacht habe in dieser konkreten Position, aber das war ja jetzt tatsächlich nur ein Beispiel. Klar kann man den Stop-Loss auch nach und nach hochstellen, wenn man immer mehr im Plus ist, aber man sollte den Stop-Loss eher nicht wieder runtersetzen, wenn die Kurse irgendwann wieder anfangen zu fallen. Dann ist es besser, irgendwo einen Schlussstrich zu ziehen und die Gewinne sauber mitzunehmen. Und wenn es dann später wieder hochgeht, dann muss man das eben aushalten. Es ist besser so, als Gewinne zu verlieren, die man schon hätte einsacken können. Der Geist muss dann tatsächlich erstmal zur Ruhe kommen und die alten Positionen vergessen. Ich packe den Token dann erstmal ein paar Tage nicht mehr an und konzentriere mich lieber auf andere Assets in der Zwischenzeit. Und das ist wichtig, weil man sonst seiner eigenen FOMO zum Opfer fällt und doch noch schnell long geht, obwohl der Trade eigentlich schon gelaufen ist. Die Funding Rate bezieht sich übrigens auf die gesamte Positionsgröße. Das heißt, wenn die Funding Rate auf zum Beispiel 0,006 steht pro Stunde, dann bezieht sich das bei dem Tau hier auf die 3200 Dollar und nicht auf den Margin. Und in diesem Fall hier ist die Funding Rate allerdings negativ und das bedeutet, dass ich für meine Position circa 19 Cent pro Stunde bekomme. Das sind immerhin auch 5 Dollar pro Tag an Gewinn, zumindest so lange, wie die Funding Rate tatsächlich so hoch ist. Wenn man aber mal diese FTM Position hier nimmt, da ist die Funding Rate positiv und das heißt, ich mit meinem Long hier und dem 20er Hebel muss jede Stunde 0,036 Prozent meiner Positionsgröße an die Bären bezahlen. Das sind immerhin 2,90 Dollar pro Stunde, also in etwa 70 Dollar pro Tag und bei einem Margin von 400 Dollar würde das also 5 Tage dauern, bis die Funding Rate meine ganze Position gefressen hat. Wenn ich das jetzt einfach mal so laufen lasse und nur mal angenommen, ich werde nicht liquidiert, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist hier in dem Fall und dann verdoppelt sich die Funding Rate nochmal, dann wären das nur noch 2 Tage, bis die Position dann weg ist. Und so kann man sich vorstellen, wie die Funding Rate ganz still und leise den Markt reguliert, weil ich muss da schon sehr, sehr genau aufpassen und ziemlich bald entweder meine Position auflösen oder mehr Sicherheit hinterlegen. Also wichtig, bei hohem Hebel auf jeden Fall auf die Funding Rate achten. So und das war es jetzt auch mit diesem super langen Tutorial und ihr habt jetzt alle Werkzeuge, um im Altcoin Markt zu traden. Und jetzt muss man einfach mal das Ganze ein bisschen ausprobieren und vielleicht auch mal das ein oder andere Lehrgeld bezahlen. Und daher ist wirklich mit kleinen Summen zu traden am Anfang ein sehr, sehr guter Rat. Und dann heißt es ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und vielleicht fragt ihr euch, warum es hier hauptsächlich um Longpositionen gegangen ist. Und das ist natürlich ganz klar. Wir sind im Bullenmarkt und es ist eigentlich nicht die beste Zeit, um Altcoins zu shorten. Es kann zwar sein, dass wir immer mal wieder Phasen haben, in denen die Altcoin Kurse rückläufig sind. Aber das ist sehr, sehr unberechenbar. Stattdessen kann man steigende Kurse sehr schön traden, wenn man ein bisschen weiß, was die Kurse der meisten Altcoins wirklich antreibt. Und dazu gibt es von mir ein Video, das ihr auch mal schauen könnt, wenn euch das interessiert. Wenn euch zum Beispiel interessiert, warum manche Altcoins gerade pumpen und andere nicht. Und das blende ich jetzt hier mal ein. Und wenn ihr an konkreten Strategien für Altcoins interessiert seid, bleibt einfach an meinem Kanal dran. Ich mache immer mal wieder ein solches Video mit konkreten Strategien, die auf diesem Tutorial hier basieren. Jetzt erstmal alles Gute, viel Erfolg, bis bald. Tschüss.